Surah 111, El-Meshed, die Palmfasern, offenbart zu Mekka 5 Ayat, Bismillahirrahmanirrahim, im Namen Allahs, des Al-Abarmas, des Barmherzigen, Tabbat Yeda'a bi Lahabin watabb. Zugrunde gehen sollen die Hände Abu Lahabs, und auch er selbst soll zugrunde gehen. Nichts soll ihm sein Vermögen nützen, noch das, was er erworben hat. Er wird in einem flammenden Feuer brennen. Und seine Frau wird das Brennholz tragen. Um ihren Hals ist ein Strick aus Palmfasern.